Hallo Herr Krause, heute bei mir zu Gast Herr Krause vom Kunststoffinstitut Lüdenscheid zur neuen Runde im Expert Talk. Heute geht es um die Branchenstruktur der Kunststoffindustrie. Hallo Herr Krause. Ja, schönen guten Tag Herr Zieden. Vielleicht stellen Sie uns mal ein bisschen dar, Ihre Sicht der Kunststoffindustrie. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht aus dem Kunststoffinstitut und nehmen Sie das mal zu Hilfe. Ja, das ist ganz gut. Anhand dieses Bildes kann man ganz gut aufzeigen, die Struktur der Branchen, da wir halt unterschiedliche Branchen auch je nach Perspektive auch haben. Also auf der einen Seite stellen wir die gesamte Wertschöpfungskette dar im Kunststoffinstitut mit unseren 400 Unternehmen. Das heißt, wir haben den Rohstofflieferanten, wir haben den Kompondierer, wir haben den, der den Kunststoff verarbeitet, den Werkzeugmacher, der das Zubehör liefert bis zum, im Endeffekt bis zum Hersteller. Und je nachdem kann man natürlich verschiedene Branchen sich angucken. Also entweder man guckt sich es so an, dass man den Fokus darauf richtet, den Endverbrauchermarkt, zum Beispiel Automotive, Bau oder andere Dinge sich anzugucken oder man guckt halt entlang der Wertschöpfung, wie ich es gerade gesagt habe, im Kunststoffbereich, vom Rohstofflieferanten bis zum Hersteller oder man guckt zum Beispiel auch im Prozess, also wer macht zum Beispiel Kunststoffverarbeitung. Und das Wichtige ist zukünftig sich als Unternehmen anzugucken, wie strukturiere ich diese Branchen und wie kann ich da gucken, welche Vor- und Nachteile gibt es, welche Stärken und Schwächen am Beispiel eines Kunststoffverarbeiters mal ganz kurz. Ein Kunststoffverarbeiter hat im Schnitt so zwischen 10 bis 100 Mitarbeitern, ist lohnfertiger, also ein kleines mittelständisches Unternehmen und fokussiert sich sehr auf eine Branche. Wie kann ich vielleicht andere Branchen nutzen und wie kann ich mich ausrichten darauf? Das sind wichtige Fragestellungen. Wie sind denn die Merkmale der anderen Branchenteilnehmer, also der anderen Teilnehmer in der Kette, in der Wirtschaftskette? Genau, ja, ganz unterschiedlich. Beim Rohstofflieferanten haben wir, wie gesagt, eher den großen Konzern, natürlich eine ganz andere internationale Struktur her, ein ganz anderer Fokus in allen Bereichen. Beim Werkzeugbauer haben wir auch tendenziellen kleinen Mittelständler, sehr kleinen, in kleineren Bereichen ja schon stark in dem Bereich Handwerk unterwegs und meist auch mit einer eher wenig ausgeprägten Vertriebs- und Marketingstruktur, mit einer sehr langen Kundenbeziehung und so ist natürlich auf der einen Seite Vorteil bei einem Werkzeugmacher, dass er eine gute Kundenbeziehung hat, auf der anderen Seite auch eine gewisse Abhängigkeit. Bei einem Maschinenbauer zum Beispiel wiederum ist es so, auch eher größerer Mittelstand, natürlich eine ganz andere Vertriebs- und Marketingaktivität und so weiter und auch eher ein internationaler Fokus. Also anhand dieser verschiedenen Marktteilnehmer sieht man, dass es ganz unterschiedliche Ausrichtungen gibt und Fokussierung und aus meiner Sicht muss es zukünftiges Potenzial geben, indem man guckt, wie kann man eigentlich diese linearen Wertschöpfungsketten etwas durchbrechen, indem man über Kooperationen zum Beispiel mit anderen Partnern zusammenarbeitet und vielleicht auch einen Entwicklungsprozess gestaltet oder indem ich zum Beispiel als Grundstoffverarbeiter ein eigenes Produkt entwickle. Also all das könnten Themen sein. Grundsätzlich bei einem Kunststoffverarbeiter gibt es eine Vielzahl von weiteren Potenzialen, wenn wir mal das Beispiel des Kunststoffverarbeiters nehmen, was er machen könnte, um ein Alleinstellungsmerkmal auszurichten. Das könnte eine Spezialisierung auf einem Material sein beispielsweise. Das könnte die Fokussierung auf einem Prozess sein. Aber dazu kommen wir bestimmt auch dann noch später. Ein sehr komplexes Bild, ja. Und ich glaube, es ist von großem Vorteil, wenn man einen kompetenten Partner wie das Kunststoff-Institut an der Seite hat, die einen beraten kann bei dem Weg hin zum mehr effektiven Marketing. Vielen Dank, Herr Krause, für diesen Überblick und bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächstes Mal.